Bhagavad-Gita, Vers 2.24 Die individuelle Seele ist unzerbrechlich und unauflöslich und kann weder verbrannt noch ausgetrocknet werden. Sie ist immerwährend, alldurchdringend, unwandelbar, unbeweglich und ewiglich dieselbe. Erklärung All diese Eigenschaften der winzigen Seele beweisen eindeutig, dass die individuelle Seele ewiglich das winzig kleine Bestandteil des spirituellen Ganzen ist und ewiglich ohne Veränderung dasselbe Atom bleibt. Es ist sehr schwierig, in diesem Falle die Theorie des Monismus anzuwenden, denn die individuelle Seele kann niemals mit allem anderen eins und gleich werden. Nach Befreiung von der materiellen Verunreinigung mögen es manche winzige Seelen vorziehen, als Funken in den leuchtenden Strahlen des höchsten persönlichen Gottes zu bleiben. Aber die intelligenten Seelen gehen in die spirituellen Planeten ein, um mit dem persönlichen Gott zusammen zu sein. Das Wort Sarvagataha, alldurchdringend, ist von großer Bedeutung, da kein Zweifel darüber besteht, dass es überall in der Schöpfung Gottes Lebewesen gibt. Sie leben auf dem Land, im Wasser, in der Luft, in der Erde und sogar im Feuer. Die Ansicht, dass die Lebewesen im Feuer vernichtet würden, kann nicht akzeptiert werden, weil hier unmissverständlich gesagt wird, dass die Seele durch Feuer nicht verbrannt werden kann. Deshalb besteht kein Zweifel darüber, dass es auch im Sonnenplaneten Lebewesen gibt. Sie besitzen lediglich einen geeigneten Körper, um dort leben zu können. Wäre die Sonne unbewohnt, dann würde das Wort Sarvagataha, überall gibt es Leben, seine Bedeutung verlieren.